Jetzt steht hier der Fanclub von Yasemin. Hallöchen. Hi. Ja, hier ist schon richtig viel Trubel. Yasemin ist ja jetzt leider erst mal noch nicht direkt reingewählt worden. Wie seid ihr jetzt damit umgegangen? Also wir haben echt versucht alles zu geben. Wir haben Flyer drucken lassen. Wir haben die Stadt Norderstedt, wo Yasa auch herkommt, gefragt, ob die uns irgendwie unterstützen. Das hat der Bürgermeister tatsächlich auch gemacht. Und wir haben echt alles gegeben. Wir haben jeden Abend sind wir losgegangen, haben Flyer verteilt und sind durch Hamburg, durch Norderstedt, durch die umliegenden Dörfer gefahren und haben überall Flyer verteilt. Das muss, das muss helfen. Wir waren auf dem Hamburger Dom und haben da überall Hamburg abgegrazt und haben Flyer verteilt. Auf jeden Fall, ja. Ja, dann hoffe ich, dass es natürlich klappt heute Abend. Ja, wir sind zuversichtlich, dass sie das alles geschafft hat. Sie ist unser Superstar, unser persönlicher. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn sie jetzt nicht gewinnen sollte. Ja, auf jeden Fall. Ja, sie kommt weiter. Da gibt es gar keine... Sie ist unser Superstar. Ja. Also ich finde sie auch sehr, sehr toll. Das ist gut. Hast du auch für sie angerufen? Ja, sicher. Sehr gut. Aber wirklich, ja. Und was habt ihr jetzt so für eine Beziehung zueinander? Also bist du Schwester oder... Nee, ich bin, ich bin eine gute Freundin von ihr, ja. Absolut, eine gute Freundin, ja. Okay, und ihr? Ähm, ich bin zum Beispiel die Cousine von ihrem Freund. Und ich bin die Schwester von ihrem Freund. Ah, okay. Aber auch gute Freundin, sozusagen. Ja, cool. Dann drücke ich ganz, ganz fest die Daumen. Und dass Jasmin noch ganz, ganz weit kommt. Und ja, ich werde natürlich das auch alles verfolgen. Sehr gut, danke. Also, ich bin sehr froh, danke.